Ich bin halt gut. Ich werde nur noch etwas dieser Statue untersuchen. Okay, macht das. Viel Spaß. Yay! Wuhu! Bad! Äh, nein. Ich wollte... Ich wollte nicht das machen. Ich wollte eine Rolle machen. Bam. Käfer. Wuhu. Okay. Wo sind wir hergekommen? Wo wollen wir hin? Hier sind... Ne, da wollen wir hin. Wo sind wir hergekommen? Frag ich mich gerade. Krone? Wo bist du? Da oben sind Bienen und da muss ich lang. Naja, gehen wir mal hoch in die Höhle. Ich guck mal auf die Karte. Komm ich vielleicht da her? Löwen. Achso. Äh, Löwen. Dann gehen wir mal rein. Mal schauen, was es hier so gibt. Okay. Na dann. Und dann damit. Zack. Abkürzung. Cool. Äh, okay. Gut, dann wieder zurück. Eine kleine Abkürzung geschaffen. Nicht schlecht. Okay. Du stehst immer noch hier und bist, äh, ja. Relativ nutzlos. Gibt's hier noch was Schönes? Oh. Äh. Man kann Schmetterlinge umbringen? Bringt das was? Hm. Naja. Zack. Naja, lassen wir die armen Schmetterlinge in Ruhe. Äh, okay. Hier müsste ich dann hergekommen sein. Jupp. Jupp. Dann wissen wir ja, wo's weitergeht. Und hier ist auch wieder so ein Baumstamm. Den schieben wir mal da hin. Gut. Oh. Und hier ist auch schon unser Signallicht. Das war ja gar nicht so weit. Hm. Ich steh. Auf dem Signallicht und... Wir renn jetzt weiter. Schauen wir mal, ob wir Zeta begegnen. Sie scheint ja erst vor kurzem hier durchgekommen zu sein. Hallo. Gebieter, wir sind in den Wald von Firewohn angekommen. Juhu. Kriegen wir jetzt wieder diesen riesigen, tollen, unglaublich wundervollen Baum? Ja. Ist das der Deku-Baum? Soll das wirklich der Deku-Baum sein? Ich liebe den Dungeon vom Deku-Baum. Um diesen riesigen Baum herum gedeihen... Irgendwas, ja. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Hey, ist das wirklich groß? Pizza! Pizza! Okay. In den Wald von Firewohn. Und wir sind da oben. Gut. Ich fühle, dass auch Zeta sich hier irgendwo aufhält. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Ja. Ich würde mich gerne ein bisschen umschauen. Ein bisschen erkunden. Ein paar Bäume spalten. Was blinkt denn hier die ganze Zeit? Ach, Aurasuche. Na gut. Äh. Hm, in die Richtung. Okay. Aber erstmal, Vogelstatue. Na, nein. Speichern. Immer schön speichern. Wenn man es nicht macht, dann stirbt man im Zweifelsfall. Okay. Hier muss ich rüberspringen. Juhu. Gut. Funktioniert super. Ähm. Den Holzkopf da oben kann ich nicht bewegen. Also geht's einfach weiter. Warum leuchten die... Äh. Ah. Tüte. Bombe. Warum leuchten die Bäume, würde ich es fragen. Warum gibt es hier Bomben? Oder Minen oder was auch immer das sein soll. Nüsse. Das ist komisch. Okay. Dann weg hier. Ah. Die tollen Dämonen. Ich will kämpfen. Schon wieder jemand wird drasaliert? Ah. Die können wir doch auch, oder? Was könnte das wohl sein? Wer versteckt sich da? Und tarnt sich aus Rutsch. Gut. Hallihallo. Oh. Doch was anderes. Ein Kiwi. Äh. Sowas ähnliches. Das Ding ist niedlich. Was? Warum ist das plötzlich so ruhig? Oh, wie geil. Jetzt auch noch einer in grün. Ich bitte dich. Verschone meine Wienigkeit. Bitte. Oh, du bist so putzig. Ach, ist das toll. Komm zurück. Ich will dich knudeln. Gebieter. Ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine vertraute Aura. Äh. Zelda? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass es sich um Zelda handelt. Es dürfte jedoch die Q sein. Die Q sind die liebeswerten Bewohner dieses Waldes. Sie sind klug und wissen vielleicht etwas. Ich weiß nicht genau, weshalb ich ihre Aura spüre. Ich empfehle daher, mit den Q zu sprechen. Ich will sowas als Kuscheltier. Oh, ist das niedlich gewesen. Wie toll. Sehr schön. Gut, da oben komme ich auch nicht ran. Ich denke mal nicht, dass Gegenrollen... Was bringt... Nö. Bringt nichts. Egal. Dann halt hier hoch. Den Sand. Sieht aus wie Treibsand. Hey, ne Güte. Ja, war ja klar, dass ich rutsche. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Oh. Los, 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 los. Sehr gut. Und gleich. Rucht und weitere. Ah, da gibt es bestimmt noch ein tolles Renn-Mini-Spiel. Bin ich von überzeugt. Oh, ganz viele Q. Ne, eins Q. Ach so, das sind Büsche. Dann komm zurück. Ah, wie niedlich. Komm zurück. Ich will dich nie wieder loslassen. Okay, und Pilze. Pilze! Äh, das ist ja geil. Hey, man sieht, die Streifen. Na, die regenerieren aber schnell, die Pilze. Zack, 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 zack. Sehr schön. Das ist cool. Okay, schon wieder eine Statue. Muss ich die alle aktivieren? Oder reicht es auch, einfach in der Nähe zu sein? Hm. Hm, wer weiß. Äh, Q? Q! Da ist irgendwo noch ein Gegner. Aber das interessiert mich nicht, weil es ist so niedlich. Hm, so wird es wohl nicht klappen. Gebet, ruf mich jederzeit, wenn du Fragen hast oder dein Ziel aus den Augen verlierst. Den nehmen du, ja, runter durch. Wähle dann Hinweise und frag mich nach einem Tipp. Je nach Lage kann ich dir unterschiedliche Tipps geben, die dir bestimmt nützlich sein werden. Ja, das ist so für die Leute, die dann die Bosskämpfe nicht, äh, nicht selber herausfinden, was man machen muss. Geben wir mal Informationen. Geben wir mal Informationen. Worüber möchtest du etwas erfahren? Über Hinweise. Sag mir, wie ich den Q regne. Die Wirrwärter-Attack ist ein mächtiger Angriff. Bewege den, ja, bla 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 bla. Äh, okay. Ähm, ich will den Q aber nicht verletzen. Oh. Oh. Nein, komm zurück. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh. Armes, armes Q. Zack. Na komm. Früher könnte man noch den Stiel abschneiden. Das geht jetzt wohl nicht mehr. Au. Oh. So. Woho. Halbiert. Okay. Na, dann schauen wir doch mal an. Huch. Ist das Q irgendwo hier? Ich höre es. Ich höre das Q. Oh. Tut mir leid, Q. Ich muss dich aufschrecken. Es ist so niedlich. Und wo bist du? Nein, nicht ihr. Hm. Muss ich... Muss ich vielleicht mal genau die Richtung treffen, wie sie gerade aufhaben? Oder... Ja, das sieht so aus. Ja. Ja, ja. Dann können sie anscheinend nicht sofort abwehren. Das ist gut zu wissen. Zack. Schwert aufgeladen. Warum auch immer. Hier brauche ich Bomben. Und da hinten ist das Q. Ah, wir brauchen ein paar Herzen. Komm, Herzen. Wenn ich hier... Oh, wir attacken. Juhu. Okay, klappt. Inzwischen klappt es. Okay. Hallo, Q. Wie? Du hast mich schon wieder aufgespürt? Ich? Wie? Wie? Du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du es ja vorhin den roten Kerl gezeigt. Macher, das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Macher gerettet hast. Das hat dem Macher dir gar nicht zugetraut. Da fällt Macher gerade ein. Gerade erst vor kurzem war hier eine, die so ähnlich aussah wie du. Okay. Äh. Zelda? War das etwa eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Sie wurde plötzlich von den roten Kernen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Juhu. Gebiete, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von dem Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Machas Position wurde markiert. Ja, sieh dir. Sieh dir auf der Karte an. Ja, ja. Diese Lebewesen hat Zelda getroffen. Daher habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Auch der Häuptling der Q, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aurasuche reagiert. Ich empfehle weiter, nach der Aura Zelda zu suchen. Also wenn du die ganze Zeit nur Fehlerquoten angibst, dann ist das... Oha, schlimm. Ah, das hat Macher erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Wenn du deine Freundin und unseren Häuptling findest, dann sag ihnen, dass es Macher gut geht. Macher ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. No. Komm mit. Komm einfach mit, ich will dich kuscheln und streicheln. Sag unserem Häuptling, dass es Macher gut geht. Deine Freundin ist sicher bei ihm. Okay. Noch mehr süße Q. Und dann erstmal hier. Abkürzungen schaffen. Hey, da war was. Das ist eine... Ein Bernsteinhalbmond. Cool, den brauchen wir für den Schild. Niemand weiß, wie dieses Bernsteinfarbene Kleinhot seine endgültige Form erhielt. Ja, sieht interessant aus. Kann man sich um den Hals hängen. Wenn man sowas möchte. Okay, da ist ein Baum. Der sieht interessant aus. Dann springen wir mal runter. Nö, hier war ich schon anscheinend. Nö, dann wieder hoch. Q. Wo geht es denn hier weiter? Da hinten könnte ich weiterkommen. Schauen wir doch einfach mal auf die Karte. Kein großes Rumgesuche. Hier komme ich rausgekommen. Hier geht es nach hinten. Okay. Dann muss ich hier lang. Gibt ja keine andere Möglichkeit mehr. Äh. Du stehst unglaublich schlecht. Aber hey. Oh. Äh. Na, treff ich? Zack. Haha. Du bist tot. Sehr schön. Na. Zack. Kann hier auch ziemlich alles zerschnetzeln. Das ist geil. Das ist nicht schlecht. Äh. Ach, hier ist so viel Zeug. Bombenalarm. Oh. Gegner. Kann ich mich anschleichen? Zack. Oh. Das hat er nicht kaum gesehen. Juhu. Äh. Ah. Dich kennen. Oh, doch. Toll. Zack. Hö. Das muss. Genau. Schildattacke. Juhu. Hey, keine Belohnung. Schade. Aber vielleicht ist ja was hinter dem Wasserfall. Das wäre doch typisch. Nö. Nichts hinter dem Wasserfall. Aber. Ah. Hier war das. Sehr gut. Och, Mensch. Ich will ein bisschen rumsuchen. Gebieter. Deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend, Heilungsmaßnahmen zu ergreifen. Hm. Du bist aber auch so eine Amme. Ich bin alt genug. Ich kann ficken, wen ich will. Ja, ja. Das war so normal. Ähm. War ja nicht noch so ein Gegner? Ah. Gegner. Huch. Na, komm. Komm, mach. Ah. Zack, zack. Uh. Okay. Und wieder Abkürzung. Immer schön. Alles wegrollen. Und wieder so ein halb mund Ding. Ich glaube, ich brauche nur noch einen Gegenstand und dann kann ich mein Schild verbessern. Und ein besseres Schild wäre bestimmt toll. Ja, weil es nämlich schon halb kaputt ist. Es geht aber hier fix. Nein, ich habe doch gemacht. Ach, man muss hochziehen. Nicht runter. Na, ich habe es runtergegangen. Na gut. Ähm. Machen wir mal ein paar Büsche kaputt. Ich brauche Leben. Ey, da ist ein Käfer. Moment. Den nehme ich noch schnell mit. Gebt mir Leben. Gibt es hier nicht so ein paar schöne Blumen? Nehmen wir Leben wiedergeben? Das wäre toll. Hm. Irgendwie sehe ich davon nicht mehr viel. Hier noch der Busch vielleicht. Ne, nur Geld. Und hier geht es dann wohl weiter. Die Tür ist versiegen, lässt sich nicht öffnen. Ah, okay. Gut, hier geht es das erste Mal nicht weiter. Ah, nein, nein, nein. Äh, nein, nein, nein. Verdammt. Ich habe mal eine. Ich habe mal eine. Okay. Ist da noch einer? Äh, ne, geht mir. Ne, 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 ne. Ich werde einen Trank benutzen. Zack. Und. Moment. So, mein Schild sollte jetzt auch wieder geheilt sein. Hä? Ist es nicht? Das war doch so ein Wundertrank. Okay. Ach, keine Ahnung. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. Na komm, zeig. Seitlich? Okay. Komm, nochmal. Und. Naja. Da hat er mich ausgetrickst. Jetzt habe ich ihn ausgetrickst. Toll. Jetzt gibt es Herzen. Nei. Äh. Toll. Ne. Achso, ich kann es doch benutzen. Ich dachte schon. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Nein. Wieder hoch. Wieder hoch. Warum hat sich mein Schild nicht regeneriert. Muss ich den irgendwie draußen haben. Daweil. Das könnte sein. Ich will ja nicht, dass es kaputt geht. Geht. So. In die Richtung. Und. Lauf. Lauf. Das ist tatsächlich geschafft. Meine perfekte Danus. Das ist so geil. Ich bin beeindruckt. Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deins? Zelda. Ach, meinst du etwa das Mädchen mit den blonden Haaren, das dir etwas ähnlich sieht? Sie war bei mir. Allerdings habe ich im Moment gar keinen Kopf für so etwas. Der Wald ist voller Monster und zwielichtiger geschalten. Ich sorge mich um die Angehörigen meines Stammes. Was? Bist du etwa Mitglieder meines Stammes begegnet? So, so. Macher geht es also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mit deinen Freunden geschehen ist. Okay. Der Häuptling ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe. Aber ich bin sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckte Q suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Du bist eine verfixte Rechenmaschine. Ich habe die Prinzenz der Q zu deiner Aurasuche hinzugefügt. Okay. Q! Soll ich dir erklären, wie du das Ziel hast? Nein. Nein. Brauchst du nicht. Bereits gefundene Q sind auf der Karte markiert und werden von der Aurasuche nicht mehr erfasst. Beginne jetzt mit der Suche. Ja, wir suchen uns einen. Aurasuche. Q. QQ. Ha! Großes, fettes Q mit riesen Hintern. Äh, ja. Also in der Richtung ist eine und... Ach, ich renne erst mal so ein bisschen rum. Hier kann man auf jeden Fall noch reinkriechen. Ist ja bestimmt auch irgendwas. Das sind komische Früchte. Nur ein bisschen birnenartig. Nur riesig. Eine Fee? Eine Fee! Komm, komm hier. Ich will dich küssen. Ich will dich umarmen. Ähm. Ich hab doch noch ne leere Flasche gehabt. Nein! Ich hätte die doch reinfüllen können. Ich trottel. Ah, manchmal hat man so ein bisschen Brain Lag. Naja, gut. Nächste Mal. Nächste Mal. Okay, hoch. Wir suchen Q. Ah, balancieren. Ach, was? Was zur Hölle? Nee, nee, nee. Ich will jetzt nach links. Schaukeln? Äh, ich kletter mal wieder hinauf. Hä? Äh. Nein! Nein! Drüber! Verdammt! Okay, das hat nicht funktioniert. Warum bist du nicht weitergelaufen, Link? Hey, Gegner! Ach, hier nicht schon? Na komm! Okay. Das ist gut, fix. Äh, da drüben ist der... Q-Master. Aber ich komm so nicht wieder zurück. Naja, gut. Wenn wir hier runter... Ähm, ja. Hä. Wo muss ich lang? Das ist alles etwas verwirrend für mich. Na, hoch. Hier hoch. Und... Ah, die Abkürzung. Genau. Huch. Hoch. Dein Schild ist zerbrochen. Nein! Dann kann ich gegen die nicht mehr viel ausrichten. Äh, okay. Gut. Ohne Schild? Toll, jetzt bin ich ja wieder hier oben. Ohne Schild ist das natürlich nicht so toll. Ähm... Ja, okay. Die... Den Rubin schnapp ich mir noch. Hä? Okay. Gut. Wo kommen wir jetzt weiter? Ich denke mal, die Q werden hauptsächlich oben sein. Da, wo man am wenigsten rankommt. Hm. Na, vernichten wir erstmal ein paar Gegner. Hallo. Na? So gut? Ja, so ist schön. Okay, inzwischen kriege ich die... Piranha-Pflanzen. Schon ganz gut klein. Okay, was gibt's hier oben? Eine große Portion nichts, ist die Antwort. Hm. Na gut. Komme ich hier... Ne, Sprung rüber? Mal schauen. Ich glaub's ja nicht. Aber versuchen kann man's ja... Ne. Klappt nicht. Klappt nicht. Okay. Ah, hier ist... Hier ist der Anfang. Gut. Dann müssen wir hier hoch und dann können wir wieder zu dem Q-Boss und dann... Jetzt sollten die Bomben ja endlich weg sein. Blöde Bomben. Aber das ist blöd. Wenn ich kein Schild habe, kann ich gegen die... Blöden Kernspucker nichts machen. Und ja, ich hab den Namen vergessen. Und ja, ihr dürft mich dafür gerne auslachen. Es ist einfach zu lange her. Dass ich Ocarina of Time gespielt hab. Okay. Jetzt aber bitte richtig springen. Hopps. Nein, ich drück immer... Na, ich drück immer A, weil ich denke, ich muss mich festhalten. Tada! Na komm schon, alle... Alle guten Dinge sind drei. Okay.